ARD Text im Auftrag von Funk Es ist sehr einfach. Auch sehr einfach. Mach nochmal von vorne. Ich kotze gleich jetzt, ey. Okay, wir machen es jetzt wie folgt. Jeder macht jetzt nochmal 5 Schritte zurück. Kann die Kamera einstellen, aber nicht durchschauen. Und auch beim Finale jeder hat nur einen Schuss. Läuft schon? Ja. Okay, warte. Kannst du überlegen? Hey, Leute. Wir beginnen mit der Fotografie und wir beginnen mit dem wichtigsten Teil. 3, 2, 1. Bleib so. Wir haben gerade eine Wette gemacht und ich habe verloren. Es ging um 200 Liegestütze am Stück. Und ich habe verloren. Ich muss jetzt... Wahrscheinlich seht ihr den Film eh erst später, wenn die Aktion schon gelaufen ist. Aber ich werde jetzt 20 Kelvin-Eyes-Bundles zum halben Preis vertickern. Wem hab das zu verdanken, Gabor? 200 Liegestütze am Stück ist doch umso viel, ey. 100 Meter? 100 Meter? Was ist denn hier da hoch? Ja, ich hab mal... Bei 30 ist er Ende noch. Ich hab hier eingestellt. Okay, du... Jetzt können wir mal testen. Also ich hab das Mikrofon mal raus bei dir. Okay, warte mal. Okay. Das ist ein krasser Ton, wenn du redest. Das zischt voll. Was heißt das zischt voll? Wie eine Schlange. Voll in den Ohren so. Keine Ahnung. Ja, du bist wahrscheinlich zu einem Mikrofon. Okay, jetzt besser? Nee. Nee. Hey, ich krieg das nicht raus. Guck mal. Wart mal. Was für ein Scheiß ich da red. Achtung. Medium Details. Warte mal, warte mal. Achtung. Zurückwärts. Jetzt Achtung. Just a little bit medium detail. Warte nochmal zurück. Warte. Mehr mehr. Einen kleinen Details. Drei. 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 Wie soll ich nicht schneiden? Drei. 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 Guck mal ein bisschen den Licht auf. Nein, der muss nicht. Was die einzelnen Bauteile, die einzelnen Komponenten von der Lichtwelle sind und vor allen Dingen, was sie auch kosten. Drei, zwei, eins, Moment, ihr habt die Regeln verstanden, oder? Ah, ja, okay. Okay, drei, zwei, eins, Feuer! Stopp! So, hi Leute, wir sind gerade beim Fotoshooting mit Malaika und mit ihr werde ich jetzt einen kurzen Sprint hinlegen. Sie hat mehrfache deutsche Meisterin in verschiedenen Klassen und sogar mal zweiter Platz weltweit, aber ich werde jetzt trotzdem mal zeigen, wie sowas geht. Also, ich gehe mal kurz in die Startposition. Du gibst dann das Zeichen, ne, Marc? Aber halt Abstand, ich bin nämlich schnell wie der Blitz. Okay, aber ich muss mir jetzt gerade mal abgucken, wie man das macht. Drei Finger? Ne, alle, ne? Manche machen das auch zusammen, aber ich. Okay, so. So, und dann? Fertig? Also, nur mal zum Üben. Fertig? Und dann geht's? Ja, warte, okay. Ich gebe das Kommando, okay? Ja. Auf die Plätze. Hey, hey, hey. Okay. Auf die Plätze. Fertig. Los! Ah, scheiße, ich habe den Tuch verloren, Alter. Ich war so schnell, dass ich aus den Schuhen rausgestaubt bin. Alter, späte Kat.